Liebe Freunde Willkommen zu einem weiteren Wunschvideo von Denilo. Er möchte gerne, dass ich ein bisschen das Klopfen-Rhythmus, ehrlich gesagt so gut kenne ich mich auch in Musik damit nicht aus, aber es gibt ja so Dreivierteltakt, ein Achteltakt und sowas und die helfen einem ja im Grunde genommen Rhythmus beizubehalten. Wichtig, wenn ich schlage, also wenn ich mit der Hand nach oben gehe, so, ich kann natürlich nicht schlagen, ich kann nur beim, wenn ich von oben schlage, mit dem Tenniser, ich kann dann nur so. Wenn ich dann kurze Bewegungen mache, nicht so weit nach oben, dann geht es natürlich auch so. Also hauptsächlich gibt es ja drei verschiedene Klopfarten. Musik 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 Und dann gibt es, gibt es die zweite Variante. Musik 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 Zweitens, jetzt kommt die dritte Art für Shekhani und der Liebe. Untertitelung des ZDF, 2020 Oder gibt es noch? Oder gibt es noch? Und dann gibt es noch Zwischenklopfen, die man nach einer Weile... Also bei normalen Liedernoch... Und? Oder gibt es noch? 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 Oder gibt es noch?